Die Schneidezähne sind definiert als die vier oberen und unteren mittleren Zähne, das heißt die flachen Frontzähne, wobei da Frontzähne und Schneidezähne nicht unbedingt identisch sind. Bei den Frontzähnen nehmen wir die Eckzähne noch mit rein. Einen Schneidezahn kann man hervorragend reparieren. Man kann jede Form von Reparatur, Füllung an einem Schneidezahn durchführen. Man kann auch Füllungen, Veneers und Kronen machen. Einen Lornbeeren-Schneidezahn können Sie wie jeden anderen Zahn letztendlich auch versetzen, mit Implantaten, mit Brücken und sogar mit herausnehmbarem Zahnersatz, wenn es denn dann nötig ist.